es ist ostersonntag und ich bin ein wenig von meinen opa pflichten für dieses wochenende entbunden die familie des kleinen ist zur ostereiersuche ausgeflogen so dass ich ein paar stunden zeit und luft habe also lag ja nichts näher als den hobel hier mal durch zu checken das habe ich jetzt schon hinter mich gebracht und jetzt werde ich mal eine kleine runde fliegen gehen mal sehen die saarschleife ist wunderbar anzusehen war ich auch schon seit längerem nicht mehr also wird wohl die saarschleife mal das heutige ziel sein das wetter am edrp gibt sehr kaum winter auf der bahn ein bisschen von zeit zu zeit kost zur piste aber kaum merklich die windräder in der ferne stehen auch fast alle still eigentlich ein ideales welchen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020